Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Bugsbeak. So wir starten. Da müssen wir schnell mal flink mal flott zurück geben. Und dann schicken wir den Kollegen Schnür und Schuh zum Hof. So koppeln wir ab. So zack. Hof. Attacke aussteigen. Zurück geben. Jawohl. So. Kann ich mich jetzt noch mal noch ein Ding einformen. Ich glaube schon was fällt mir in den 60 an. Also die Welt-Bachkuss und die Kinobatt. Oh, hat sie ihn hier auch noch an. So, wollen wir mal hier hin, fangen wir selber an, das ist mit an. So, machen wir mal hier ein Zinn, so, ja, zack, jetzt muss ich mir ja eine Spur, wenn wir wieder haben. Oh, das nütze ich nämlich, wenn wir jetzt verbinden, wenn wir schon neue Strecken haben. So, dann haben wir noch die Fahrt nach oben. Oh, ja, jetzt wurde es bis 19. Dann gibt es nichts. Dann ist kommen wir nicht, jetzt kommt hier eine Strecke, aber dann ist das. Dann sind wir noch etwas. Oh, nein, oder? Oh, Gott. Job. Typisch. Typisch. Also, wir müssen noch etwas hier. Und hier. So. Oh, das sieht so gut aus. Oh, das sieht so gut aus. So, das ist schon Feld 69. So. Jetzt bin ich noch Stieke weggefallen. Das ist ja mir auch mir so. So, stop! So, fangen wir es mal an. So, fangen wir 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 an. Zoodle Ich muss schon mal ganz jetzt meine Spitze im Tank Ich muss schon mal Ich muss schon mal Ich muss schon mal Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, sehr schöne Feldgröße, das Ding. Muss man mal so sagen. So, gut. Oh, nee. Da schnipps der Zug wieder lang. Ich bin verspannt, wo ich das Zeit hinfahren muss. Ob ich da schon ein bisschen was angekündigt habe, was da brauche ich noch bin. Muss man auch manuell fahren. Hätte ich bloß runterzuschicken. Oh, das habe ich nicht falsch gemacht, den Punkt. Äh, Mist. Diese Strecken wollte ich doch in Dingsbums machen. Ne, sag schon. Nebenstrecke. Aber egal. Was mache ich hier? Das ist natürlich auch in Abfahrt als Hauptstrecke. Mach dann Dingsbum eher mal Nebenstrecke. Als Feldumfahrung. Könnte ich noch machen. Ich brauche jetzt erstmal 2 bis 9 die Sätze. Wer weiß, wie lange wir noch auf der Map rum eiern. Bin dann überlegen, ob ich die Twitch-Map nehme, die ich im Multiplayer vierfach spiele. Die ersetzen hier. Gegen diese da. Ja. Das wurde kein Engiometer mit CP an AD eingefahren. Wird schon CP mit drauf nehmen. Als Kurzplay. Und da kann es immer wieder mal vorkommen, dass wir ein neues Safe-Game brauchen. Da haben wir nochmal komplett von Null anfangen müssten. Teilweise weil die Map ist halt noch im Bau. Wir müssen in der Testphase. Es wird besser unter dem Feld, wenn ich in die Land mache, als wird die Geschichte eine. Lass die Früte ein bisschen beisammen halten. So, da haben wir schon mal die erste Unzie. Gleich fertig. Aber noch eine drinnen. Da standen hier die. Ah, hier die langen Bahnen. Wir sind fast gleich lang. Ah, hier ist länger ein Stück. Kann täuschen, aber kommt mir länger vor. Aber wie gesagt, das kann täuschen. Was ist mehr genau bei der Hip-Wat Humphiliebarch? Ja. Wie ist das eigentlich recht Nahe Hab? Ich muss jetzt sterken. Alles verfallen. Ich habe immer mit dem Matthäuschen. Ja, Katze, was ist denn du? Ich hab's nur noch im Schleibnis vor. Ich hab mir den Fuß gebissen. Ich hab's doch länger gemacht, aber erst geplant. Was ist mit der Aufnahme? Nee, 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 hier machst du was mit. Oh. Ich fau mal ran zum Abtanken. Ich fau mal, das ist ein ding. Ich fache mich nicht. Ich weiß nicht, dass wir math ist. Ich ch show mal den PJ, wenn es nicht mega. dass wir tief und die hohen runterballen nehmen so gleich haben wir es Und weiter geht's. Da müssen wir viel Geld verdienen nebenher. Aber wir haben ja noch ganz ein bisschen was zu machen. Und wieder geht's. 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 So, da war die Folge schon wieder zu Ende. Der Menschheitsfabrik. Werde ich mich von euch verabschieden. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao. Fuck. Oder ja so.